Die fahrradfreundliche Stadt Krefeld. Das ist der Radweg von Hüls, Hüls, Kempen, nach Krefeld rein. Die erste Ampel, die ein Radfahrer bekommt, die zeige ich euch jetzt. Jetzt kriegt der Radfahrer grün und darf genau bis dahin fahren. Dann hat er rot und muss warten und muss warten und er muss warten. Rot bekommen. Und jetzt dürfte man fahren. Man hat hier niemals grüne Bälle. Niemals. In Krefeld niemals. Danke schön.